Ich freue mich, diese Reproduktion von Michelangelos Werk hier im Atelier zu haben. Was mich als Zeichnerin natürlich besonders begeistert, das ist diese unglaubliche Vielfalt an Linien, die er hier aufbrausen lässt über das ganze Blatt. Da gibt es Konturlinien hier zum Beispiel am Haar der Madonna. Es gibt wilde, auch schnell aufgetragene Parallelschrafuren, Kreuzschrafuren, kreuz und quer. Es gibt sehr spielerische Linien, hier zum Beispiel bei den Putti, die regelrecht gekritzelt sind, wo so eine Spielfreude auch zu sehen ist. Besonders faszinierend finde ich hier diese Linien, die wirken, als hätte er sie eigentlich mit dem Meißel in einen Stein eingegraben, wo wir auch merken, in dieser Zeichnung, dass er auch neben seiner Malerei auch Bildhauer ist. Verkaufene, die wirken, die wirken, wie wirken, wie wirken. Vielen Dank.